Wir haben in den letzten Jahren mehr als 20 Bluetooth-Lautsprecher getestet und in diesem Video zeigen wir Ihnen die Lautsprecher, die unserer Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Top 4 JBL Extreme 4 Dieser sehr robuste Lautsprecher hat ein imposantes Design mit einem Gewicht von 2,1 kg, was ihn etwas weniger transportabel macht als andere. Er verfügt jedoch über einen abnehmbaren Schultergurt, sodass Sie ihn auch über die Schulter tragen können. Sie hat eine EP66-Zertifizierung, was bedeutet, dass sie gegen Staub und kurzzeitiges Eintauchen in Wasser beständig ist. Sie kann also bedenkenlos im Freien verwendet werden und Ihre rutschfesten Füße sorgen für einen sicheren Stand auf ebenen Flächen. Die Steuertasten sind perfekt in das Design integriert, mit intuitiven Bedienelementen, die gut auf Druck reagieren. Während unserer Tests haben wir von einer guten Verbindungsstabilität profitiert. Die Anschlüsse sind nicht ultra-reichhaltig, aber sie umfassen immerhin einen USB-C-Anschluss und eine Multipoint-Bluetooth-Verbindung. Über den USB-C-Anschluss können Sie den Lautsprecher aufladen, aber auch andere Geräte über den Lautsprecher aufladen, da er als externer Akku fungiert. Sie können mehrere JBL-Lautsprecher miteinander verbinden, um Stereo-Sound zu liefern. Der Lautsprecher wurde um die Funktionen Playtime Boost und AI Sound Boost erweitert, aber es fehlen auch einige Funktionen wie eine Freisprechfunktion oder eine LED-Beleuchtung. Die JBL-App hingegen ist intuitiv und bietet einige Klang-Einstellungen. Der Klang dieses Lautsprechers ist mit seinen 100-Watt-Leistung und den 92 Dezibel, die wir auf unserem Schallpegelmesser gemessen haben, sehr kraftvoll. Egal wie laut Sie hören, der Ton wird perfekt wiedergegeben, ausgewogen, klar und dynamisch, dank der guten Tiefe der Bässe und der kontrollierten Höhen. Auch die Akkulaufzeit wurde im Vergleich zum Vorgängermodell erhöht, da der Xtreme 4 nun bis zu 24 Stunden durchhält. Dank der Schnellladefunktion kann man mit einer Ladezeit von nur 10 Minuten bis zu 2 Stunden Musik hören. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Lautsprecher für Klang-Enthusiasten gedacht ist und einen kraftvollen und qualitativ hochwertigen Klang liefert. Mit seinem robusten Design und der langen Akkulaufzeit ist er ein hervorragendes Modell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Top 3 Soundcore Boom 2 Plus Mit der Schutzklasse IPX7 hält er kurzzeitiges Eintauchen in Wasser aus, ist aber nicht staubresistent. Sein schweres und klobiges Design macht ihn nicht zum mobilsten Lautsprecher auf dem Markt. Aber er hat immerhin einen Tragegriff und einen abnehmbaren Trageriemen, mit dem er über der Schulter getragen werden kann. Sein retro-, metall- und robustes Design verfügt über vier rutschfeste Füße, die für einen sicheren Stand sorgen, wenn er auf einer ebenen Fläche abgestellt wird. Die Bluetooth 5.3-Verbindung ist stabil und lässt sich leicht koppeln. Es gibt einen AUX-Eingang, um den Lautsprecher an ein Gerät anzuschließen, und einen USB-C-Anschluss, um sowohl den Lautsprecher als auch ein externes Gerät aufzuladen. Während unserer Tests haben wir mit unserem Schallpegelmesser maximal 92 Dezibel gemessen, was bedeutet, dass der Lautsprecher dank seiner 140 Watt extrem leistungsstark ist. Selbst bei einer so hohen Lautstärke behält sie eine gute Klangwiedergabe bei und es kommt kaum zu Verzerrungen. Die Höhen sind klar und die Bässe haben eine gute Tiefe. Letztere sind besonders großzügig, wenn man den Bass-Up-Modus aktiviert. Zu den Funktionen des Boom 2 Plus gehört der Partycast 2.0-Modus, mit dem Sie ihn mit über 100 Lautsprechern verbinden können, um Stereo-Sound zu liefern. Sie verfügt außerdem über eine LED-Beleuchtung, die bei Bedarf ausgeschaltet werden kann. Und Sie können die Audio- und Lichteinstellungen über Ihre App anpassen. Eine Freisprechfunktion gibt es allerdings nicht. Abgesehen von dem fehlenden Sprachassistenten sind die physischen Bedienelemente relativ umfassend und intuitiv. Sie sind nicht nur gut platziert, sondern reagieren auch schnell. Abgesehen von der Wiedergabetaste, die etwas weniger schnell reagiert, als wir es uns gewünscht hätten. Schließlich ist die Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden überzeugend. Und er lässt sich in drei Stunden über USB-C aufladen. Alles in allem ist dieser massive Lautsprecher mit RGB-Beleuchtung sowohl leistungsstark als auch spaßig. Top 2 Sony XJ300 Dieser Lautsprecher ist nach IP-1760 zertifiziert und wasser- und staubabweisend. Er ist schön verarbeitet, aber mit 3 Kilogramm recht schwer. Zum Glück verfügt er über einen integrierten Silikongriff, mit dem er transportiert werden kann. Außerdem steht sie dank ihrer zwei rutschfesten Füße sicher auf einem Tisch. In unseren Tests haben wir die gute Verbindungsstabilität und die umfangreichen Anschlüsse geschätzt. USB-C für das eigene Aufladen. AU für kabelgebundene Audioübertragung und USB-A für das Aufladen von Peripheriegeräten über die Funktion als externer Akku. Er kann auch mit anderen Lautsprechern gruppiert werden und hat eine Freisprechfunktion, mit der sie Anrufe tätigen können. Sein Klang ist insgesamt ausgewogen, reichhaltig und kraftvoll, sodass wir viele verschiedene Musikstile genießen konnten. Es gibt auch einen Mega-Bass-Modus, um die Bässe zu verstärken, auch wenn einige Details noch verbesserungswürdig sind, insbesondere bei niedrigen Lautstärken. Die Sony Music App bietet ausgeklügelte Anpassungsoptionen, um potenzielle Klangfehler zu korrigieren. Und es gibt verschiedene Beleuchtungsmodi, die dem Design eine unterhaltsame Seite verleihen. Was die Steuerung dieses Lautsprechers betrifft, so hat er sechs reaktionsschnelle Tasten, die eine umfassende Kontrolle der Funktionen gewährleisten. Schließlich war die Akkulaufzeit in unseren Tests beeindruckend. Bis zu 25 Stunden bei normalen Einstellungen oder 15 Stunden mit dem Mega-Bass-Modus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser fast fehlerfreie Lautsprecher über eine gute Ausdauer, eine überzeugende Klangqualität, interessante Anschlüsse, reaktionsschnelle Bedienelemente und eine intuitive App verfügt. Top 1 Tribit Stormbox 2 Dieser kompakte und leichte Lautsprecher, der nur 580 Gramm wiegt, ist der Inbegriff eines mobilen Lautsprechers. Er verfügt sogar über ein kleines Band, mit dem man ihn an einer Tasche befestigen kann. Der Lautsprecher ist gut durchdacht und verfügt über vier rutschfeste Füße an der Unterseite, die für einen sicheren Stand sorgen, wenn er auf einer Ebenenfläche abgestellt wird. Sie ist zwar nicht staubgeschützt, aber dank der IPX7-Zertifizierung kann sie auch in flaches Wasser getaucht werden. Für seinen Preis hat er eine zufriedenstellende Konnektivität, denn neben einem AUX-Eingang und einem USB-C-Anschluss verfügt er über eine Bluetooth 5.3-Multipoint-Verbindung. Der Lautsprecher kann also gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden werden und er kann auch mit einem anderen Lautsprecher kombiniert werden, um Stereo-Sound zu erhalten. Was den Klang angeht, haben wir während unserer Tests leichte Verzerrungen bei hoher Lautstärke festgestellt. Der Sound rotzt ein wenig und die Bässe sind nicht ausreichend, was zu einem Ungleichgewicht führt. Bei mäßiger Lautstärke ist die Klangqualität dank der X-Bass-Technologie und des 360-Grad-Surround-Sounds jedoch deutlich besser, auch wenn es etwas an Räumlichkeit mangelt. Es gibt auch einige Latenzen bei Video-Streaming-Inhalten. Die Verbindung ist stabil und deckt eine große Reichweite von bis zu 45 Metern ab. Die physischen Bedienelemente sind vollständig, intuitiv und gut platziert. Zu den weiteren Funktionen dieses Lautsprechers gehört die Möglichkeit, über das eingebaute Mikrofon freihändig zu telefonieren. Mit der Tribit-App können Sie auch die Audio-Ausgabe anpassen. Im Gegensatz dazu gibt es keine LED-Leuchten. Schließlich hat die Stormbox 2 eine sehr gute Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden bei 60% Lautstärke und ausgeschalteter X-Bass-Technologie. Sie schaltet sich bei Inaktivität automatisch für 15 Minuten aus, um den Akku zu schonen, und ist in etwa 4 Stunden wieder aufgeladen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Lautsprecher ideal ist, wenn Sie ein kleines Budget haben. Wir schätzen seine gute Ausdauer, seine hohe Designqualität sowie seine umfassenden Funktionen und sein geringes Gewicht. Damit ist unsere Auswahl der besten Bluetooth-Lautsprecher abgeschlossen. Wenn Sie an bestimmten Modellen interessiert sind, finden Sie deren Links mit den besten Preisen direkt unter diesem Video. Wir hoffen, unsere Tests haben Ihnen geholfen und bis zum nächsten Mal auf Selectors.